Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute wird es eine etwas kürzere Folge, da ich nur ein paar Dinge loswerden möchte. Die erste ist, wie es vielleicht manch einem von euch schon aufgefallen ist, dass dieser Podcast nicht mehr Talk & Play heißt. Auf manchen Plattformen dauert es noch länger, sondern Zweit Account. Ich muss das jetzt ehrlich gesagt sagen, dass mir dieser Name Talk & Play in letzter Zeit nicht mehr so wirklich gefallen hat. Das war eher auch so eine spontane Idee, mich so zu nennen. Und das Search Engine Optimization war auch sehr, sehr schlecht. Ich wurde teilweise auf Plattformen wie Spotify gar nicht gefunden, was halt für neue Zuschauer scheiße ist. Und darum habe ich mich umbenannt in Zweit Account. Und ja, das läuft dann hoffentlich auch besser, besser zu finden, besser vielleicht auch zu merken. Und ja, der zweite Punkt, den ich dann ansprechen möchte, wäre, warum kommen aktuell keine Folgen? Das ist eigentlich, kurz gesagt, einfach nur der Grund, da ich neben Schule, auch wenn aktuell Homeschooling ist, halt keine andere Zeit mehr für irgendwelche anderen Dinge habe. Und ich versuche jetzt auch spätestens in den nächsten Ferien die Cutter-Bewerbung möglichst schnell durchzupeitschen, damit ich einen Cutter habe und mir das dann auf jeden Fall die Arbeit erleichtert, da ich ihm einfach nur das Video dann geben muss und hoffentlich dann auch zurück ein fertiggekertes Video und Thumbnail bekommen und es dann auch hochladen muss, bis ich später auch diese Person direkt Editor-Rechte bei mir auf dem Channel bekomme und somit auch die Videos gleich hochladen kann. Und ja, wie gesagt, sobald es gemacht ist, wird es auf jeden Fall wieder mehr Podcast-Folgen geben. Das ist, glaube ich, schon die zweite Entschuldigung, die ich euch liefere. Da habt ihr wirklich ein bisschen Geduld. Ist bei mir echt gerade nicht einfach. Aber das war es dann leider auch heute mit dieser kurzen Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, ciao, Leute.